Von 5. bis 8. September wird die Agro-Tier- und Welser Herbstmesse zum Zentrum für all jene, die in der Landwirtschaft, vor allem im Bereich der Tierzucht und Tierhaltung aktiv sind. Hier dreht sich alles um die neuesten Trends, Innovationen und den fachlichen Austausch. Wir haben heuer ganz spezielle Schwerpunkte. Das eine ist einmal die Innenwirtschaft. Das ist alles das, was sich innerhalb des Stalls abspielt, Stalltechnik, ähnliches. Dann haben wir die Tierzucht. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentliches Thema. Und natürlich haben wir den Bogen gespannt zum Endverbraucher mit dem Genuss total, das heißt mit einer Fülle an regionalen bayerischen Produkten. In der Halle 19 haben wir die größte Genusstafel, die längste Genusstafel in Oberösterreich mit ganz vielen Anbietern aus der Landwirtschaft, die hier im Bereich der Direktvermarktung Schmankerl präsentieren. Die Landwirtschaft produziert ja für Konsumentinnen und Konsumenten und darum freut es uns auch, wenn wir hier ein Schaufenster der Landwirtschaft aufmachen können, damit man sich auch informieren kann, wie produzieren denn die oberösterreichischen Bäuerinnen und Bauern, was machen sie denn, wie nachhaltig agieren sie, wie ist Kreislaufwirtschaft auch implementiert in die einzelnen Höfe und in die einzelnen Bewirtschaftungsformen. Neben den rund 280 Ausstellern bietet die Agro-Tier-Bäuerinnen und Bauern die ideale Plattform, um fachkundige Beratung zu erhalten und sich mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen. Wir haben da so eine Art Beratungsmeile, sage ich immer. Das heißt, das haben die einzelnen Fachabteilungen hier ihre Stände, wo man also über die einzelnen Sparten der Tierhaltung, aber genauso über Pflanzenbau, über biologische Landwirtschaft, über rechtliche Rahmenbedingungen, ich sage jetzt einmal Lebensmittelkennzeichnungen und so weiter, sich informieren kann. Ein weiteres Highlight auf der Messe sind die neuen Live-Vorführungen Güllepark und Grünland Spezial. Im Zuge der Messe wird auch der begehrte Innovationspreis Hofgenie 2024 für zukunftsweisende Lösungen in der Landwirtschaft verliehen. Das können Dienstleistungen sein, das können Produkte sein und eine unabhängige Expertenchirie kürt hier sozusagen den Sieger in Silber und in Gold. Zeitgleich mit der Agrotier findet auch die Herbstmesse statt, wo sich Interessierte über aktuelle Wohntrends, Küchen-, Schlafsysteme und Wellnessprodukte informieren können. Abgerundet wird das Programm durch das Welser Volksfest, welches Spaß für die gesamte Familie garantiert.